Wir feiern unser 50-jähriges Jubiläum, Partnerschaft, 50 Jahre Generalimport Palfinger in der Schweiz. Ja, da ich von den 50 Jahren doch schon 30, gute 30 selber mitbekommen habe, ist das natürlich einerseits eine Ehre für uns und wir waren immer ein bisschen stolz, dass wir da bei den ersten oder überhaupt der erste Exportpartner gewesen sind oder sind von Palfinger. Das erfüllt einen natürlich schon ein bisschen mit Stolz. Also der Spirit von Palfinger denke ich, dass man da wirklich auch trotz der Größe, die mittlerweile das Unternehmen hat, dass man da trotzdem sich auch immer wieder besinnt auf die ursprünglichen Werte und auf diese Partnerschaften, auch mit kleineren Partnern in kleineren Ländern. Das macht sicher sehr viel aus. Und natürlich toll, dass man die Familie, wir kennen ja die Familie Palfinger, und das ist sicher etwas Wertvolles in so einer Zusammenarbeit, Partnerschaft. Ich glaube, was ganz Zentrales ist, dass man wirklich eine Familie ist. Und das hat sich auch heute wieder in Gesprächen gezeigt, dass man wirklich miteinander am Markt tätig ist und nicht nur eine einseitige Situation haben, sondern eben wirklich diese Partnerschaft. Das ist etwas wirklich Prägendes in dieser langen Zeit, wo wir zusammenarbeiten. Und das ist wirklich schön. Man kann sie verlassen auf die Leute und natürlich eine gewisse Einfachheit, dass man sich auch auf dem sprachlichen Bereich sehr gut versteht, weil wir fast gleich sprechen. Ja, das muss ich ehrlich gestehen, das sind natürlich schon die Produkte. Also wenn ich mich da irgendwie ertappe und reflektieren muss, was ist wirklich, was dahinter ist, neben eigentlich den Leuten, den Wegbegleitern, wenn man so will, sind es natürlich schon die Produkte. Und da ganz ehrlich, allen voran natürlich der Ladekran. Das ist unser Kernbusiness und wird es hoffentlich auch in den nächsten vielen Jahren bleiben. Ja, vielleicht als Firma in der Schweiz war natürlich sicher ganz, ganz wichtig. Du hast den Namen Häusermann angesprochen, der den Vertrag unterschrieben hat, erste Generation damals, dann gab es eine weitere Generation und irgendwann waren da keine Nachfolger mehr in der Familie Häusermann. Und da war es so weit, dass die damalige Kran- und Hydraulik-AG, wie es geheissen hat, einen neuen Eigentümer fand mit Gerhard Rauch. Und der Gerhard Rauch hat das 2005 übernommen und das war für uns ganz ein zentraler Meilenstein damals. Wir konnten unsere Produkte eigentlich über Nacht erweitern und wir wurden zum richtigen Fahrzeugbauunternehmen mit der Erweiterung des ganzen Kipper-Programmes von Walser, aber auch jegliche Ausprägungen von Ladebrücken. Das hat uns natürlich den Weg geebnet nach der immer grösseren Nachfrage nach Gesamtprojekten, Gesamtaufbaukonzepten. Das war sicher einer der Meilensteine und da profitieren wir natürlich heute noch davon. Zum anderen, vielleicht eben mit Palfinger zusammen, da gab es so viele Erlebnisse und natürlich bleibende Produkteneuerungen, Einführungen vom 200.000er und da gab es sehr, sehr viele Highlights. Aber ich glaube, eben wie ich es schon erwähnt habe, die Zusammenarbeit mit Leuten, wo man auch mal, wenn mal was ist, anrufen kann, du, können wir uns dann mal zusammensetzen, das und jenes diskutieren. Diese Nähe eigentlich, das ist das, was wirklich auch beibehalten werden muss, auch wenn das Unternehmen ja immer grösser wird. Aber das ist für alle Händler, glaube ich, ganz eine zentrale, wichtige Sache. Vielen Dank.